Fotoshow erstellen In PowerPoint kann man auf die Schnelle ein interaktives Fotoalbum erstellen, und zwar so. Öffnen Sie das Register Einfügen und wählen Sie darin den Menübefehl Fotoalbum aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei Datenträger und selektieren Sie die gewünschten Fotos, indem Sie die Tasten Shift bzw. Steuerung gedrückt halten und auf die jeweiligen Dateien klicken. Wenn Sie alle Fotos ausgewählt haben, klicken Sie auf Einfügen. Mit den Symbolen unterhalb des Vorschaubildes lassen sich die Fotos nun rudimentär bearbeiten. Sie können die Bilder um jeweils 90 Grad drehen sowie den Kontrast und die Helligkeit verringern oder erhöhen. Auch die Sortierung der Bilder können Sie hier ändern. Markieren Sie einen Bildnamen und klicken Sie auf die Pfeile darunter, um sie in der entsprechenden Richtung zu verschieben. Im Abschnitt Album Layout können Sie über das Dropdown-Feld Bildlayout das Layout bestimmen. Wenn Sie auf ein Layout klicken, wird rechts daneben eine Vorschau angezeigt. Über das Dropdown-Feld Fensterform wird das allgemeine Layout der Folien bestimmt. Schließlich können Sie Ihren Folien auf Wunsch noch ein Design zuweisen. Klicken Sie dazu auf Durchsuchen und wählen Sie ein passendes Design aus. Bestätigen Sie die Auswahl durch einen Klick auf Auswählen und die Erstellung des Albums durch einen Klick auf Verstellen. Auf der ersten Folie können Sie noch einen Titel und Ihren Namen eingeben. Sie können die Präsentation Bildschirm füllen oder in einem Fenster ablaufen lassen. Treffen Sie unter Bildschirmpräsentation einrichten die entsprechende Entscheidung. Klicken Sie nun auf das Symbol Bildschirmpräsentation links vom Zoom-Regler oder drücken Sie F5, um die Fotoshow zu starten. Natürlich lassen sich noch Übergangseffekte zuweisen. Wie dies funktioniert, erfahren Sie in einem eigenen Video. Die Untertitelung des ZDF, 2020